Im Herbst geht in den Monistenvölkern, und im Herbst geht in den Monistenvölkern, Besonders große Geschlechtstiere, Königinnen und Drohnen verlassen das Nest auf immer wieder Segen. Die Königinnen sind am besonders kräftigen Körperbau zu kennen. Es sind junge, noch unbekanntete Prinzessinnen, die am Flügelungsstein nur eines im Sinne, die erfolgreiche Bekanntung. Die Königinnen und Drohnen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020